So, wir sitzen hier jetzt an der Ossi bei der großen Teambesprechung und die ganze Budi-Weckel. Und die Catrie, die guckt auch schon lustig. Hat die schon was getrunken? Und da drüben sitzen Diana und besprechen sie alle. Und ich weiß gar nicht, wo es geht. Wir haben was Besseres vor hier. Ich hab's verstanden. Ich muss dann bloß fahren, um 11.10 Uhr, dann wär ich um 11.40 Uhr da. Das passt dann. Ist denn das das, wo du hin musst? Warte. Wollt ich denn mal in die Sonnenbrille geben? Ne, ich muss dann jagen. Marcel. Guck mal, dann muss ich nämlich schon um 9.40 Uhr gehen. Genau. Das ist aber früh. Das müssen wir aber auch. Guck mal, ich bin um 8.40 Uhr da. Das müssen wir uns beeilen. Genau. Und jetzt noch eine Frage. Ja. Das ist klar. So, hier bin ich wieder am Ort des Geschehens. Das letzte Mal, wo ich hier war, war 1972. Damals noch Starfighter angewacht. Ja, jetzt ist ein paar Tage vergangen. Das Flugzeug in der Nähe gibt es moderne, aber auch nicht mehr so modern. Und gleich werde ich hier mal abfliegen in Richtung Ziel im Dampf. Gaby und Marcel sind auch dabei. Was ist Gaby denn? Da ist Gaby. Sie werden mir gleich noch ein bisschen Anschub geben. Mal gucken. So. Nach neun Kilometern im Café. Voll im Sack. Gaby muss um 18 Uhr noch mal laufen. Ja. So, wir werden hier auf Putsch. Mal wieder. Ne, das ist auch noch ein bisschen Wasser. Warten auf dich! Wir haben Hunger! Alles DSVG konform hier. Ne, DSVGO heißt das, ne? Das ist das Putschi an. Und das wartet auf dich. Das wartet auf dich. Das krieg ich sogar aus. Das kenne ich wieder. Ja. Das kenne ich wieder. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ich lasse die Fahne laufen. Moment, ich schicke. Ja. Die Fahne ein. Das ist das Team Pirate. Steht auf unser Fahne drauf. Ja. Ein bisschen noch. Eins. 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 BBZ Schleswig. In den roten Shirts. Immer. Sauber. Die 2.31 gibt hier auch noch mal alles. Und das war das Freier von Steinkladen. Hier auf eine Schuermannschaft. Ja. So sehe ich aus, wenn ich scheiß aus sehe ich. Schätzt du doch gar nicht aus. Finansierst du dich immer so selber? Du bist doch halt ehrlich zu mir. Sieht gut aus. Alles richtig gemacht. Ich hab so lange gewartet, bis deine Frau gestartet ist. Ja. Ey, Digga. Meine Frau kann ich in die Frauen Händen geben. Ich bin doch hier. Mache. Wir hatten 2.01, ne? Die beiden haben nur das Handy in der Hand hier. Ja klar. Die kommen nicht sehen gar nicht. Die schreiben dir gegen welche Nachricht. Sag mal so. Guck dir mal den Arsch an. Ja, ja. Hab ich auch schon gesehen. Na, guck dir die mal an. Na, Alter. Hast du dir eine Telefonnummer? Ich hab ja. Oh, komm. Nein. Aber warum? Das will ich nicht. Oh, komm. Guck mal. Rolli. Was? Was? Nee. Jetzt müssen wir das Mikrofon sprechen. Das Mikrofon. Ja. 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 Vielen Dank.